Oder bist du das? Oder? Wer hat sich da ne neue Insel geholt? Das ist sie, oder? Ja. Alter, holt sie sich schon wieder ne kranke Insel. Ja. Ihhh, Tante. Gut denn? Direkt neben mir. Du sollst nicht pausieren, Mongo. Ich hab auch so schön grad pausiert, ja. Ah. Ja, wo denn? Wo hat sie denn sich die Wattik geholt? Die Insel neben mir. Wo neben dir? Nischt? Ich bin blau. Das ist dir schon bewusst. Dann machst du das? Nein, das bist nicht du, oder? Blau, geh doch drauf, dann weißt du doch. Hast du die Insel da unten genommen? Inselanteil wechselt Besitzer. Was hast du von der Insel jetzt genommen? Hä, was hast du gemacht? Achso, okay. Anteilskauf. Von welcher Insel? Mal ja unten davon. Ich kann doch von dir Anteile kaufen. Wenn ich von dir Anteile kaufen würde, dann würde ich ein bisschen Kohle von dir kriegen. Hä? Und ich könnte so deine Insel übernehmen. So ein Stoff, machen wir nicht. Ähm. Ich check das außerdem gar nicht. So. Du musst einfach auf den Kontor gehen. Dieser jeweiligen Insel. Mhm. Du hast hier drei Anteile von deiner Hauptinsel. Wenn ich mir, könnte mir zum Beispiel für 22.000 könnte ich mir einen Anteil holen. In 10 Minuten. Und dann kriege ich plus prognostizierte Dividende plus 112. Okay. Also plus noch mehr als ich jetzt, ne? Gibt's eine Insel mit Obst irgendwo? Wein? Ich zeig den Trick. Geh mal unten auf dein Handelding. Ja. Oder F6. Ja. Und da kann ich ja die Anteile... Ja, das ist gut. Und dann mach da oben, wähl deine Ressource aus. Und dann siehst du eh schon nochmal. Bitte nimm die unter dir. Ja, ich nimm die unter mir, denke ich. Ja. Es gibt eh keine andere, oder? Doch da oben, aber die ist viel zu weit weg. Da siehst du nicht die grünen. Die werden ja dann grün angezeigt. Wie mach ich das? Hier Ressourcen und dann... Und dann suchst du dir da dringend aus, was du brauchst. Achso, ja. Es gibt ja eh nicht so viele. Die direkt neben dir, die werde ich nicht nehmen. Und ich würde die einfach unter mir nehmen. Es gibt vier Stück, ne? Ist ja bewusst. Ja. Ja, die unter mir ist eh viel groß genug. Ähm. Wird erreichen, ja. Keine aus. Achso, ich brauche für... Den... Brauche ich Bohrer, auf 10... Holz. Mein Holz will ich mir von woanders. Wie bei mir gerade einfach ein paar Schiffe einfach rumstehen, weil ich viel zu viele gebaut habe erstmal. Ich habe alles in Überproduktion. Wie viel hast du plus eigentlich? Ja, plus 1300. Hört ihr dir zu denken gehen, weil ich schon mit meiner kleinen Stadt schon 1000 habe. Na ja, ich habe... Wie viele Einwohner hast du? Hm... 1915. Das ist aber... Ja, aber ich habe auch... Wie viele hast du? Ich weiß schon, ich habe viel mehr. Aber ich habe halt auch viel mehr Ausgaben für alles gerade. Ich habe halt alles voll überproduziert. Hörger, 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 Hörger. Dann halt überproduzieren. Warum kann ich wieder nicht? Ich hoffe, man muss viel kosten. Fisch. Okay, Fisch. Äh, Fisch. Hörger, Fisch. Ehm, Fisch. Äh, Fisch. Fisch. Tränke, jetzt kenn ich endlich hier. Kiwi-Born. Keine-Born. Ich kann heute ab. Was ist das? Überwachungsstation? Oh Gott, warte mal. Energieversorgung mangelhaft. Plus 4 Kick. 4 Kick. Was geht? Besser kaufen bei Kick. Nein. Scheißladen. Ich mach erstmal meine Ökobilanz besser. Einmal so. Oh, das wär voll geil, ja. Registriere Verbesserung der Ökobilanz. So, ich brauch von hier, was wollte ich? Genau, Holz. Holz, dann nimm ich auch noch meine Flurbohrer mit und Ding. So. Auf geht's. Mango. Ähm. Was? Dsch. 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 Alter. Hm. Wie mach ich den? Was ist denn? Ich steh hin. Ich steh hin. Ich steh hin. So viele, ganz viele kleine Kästchen, das ist voll krass. Ja. Ähm. Zu wenig Material... So, warte, wie viel es hier? Äh... in den vier minuten wieder anteil der vom arsch verkaufen warum machst du das macht registriere landnahme durch anderes individuum du oder sie du hier ich muss einfach mal hier gut und was bist du leise ich bin gerade am konzentrierten und wir haben auch übrigens kein thema jetzt gerade nicht ich bin auch super konzentriert weil ich gerade meine plantage bauen muss um aber wir können uns natürlich ein thema sucht ihr was können wir reden um die tat man das wieder an das kämpfe battlefield hardline wo er kann ich ja nicht wie das eigentlich schon mal ich hab's ja nicht aber ich bin aber in der überlegung bis wir uns uns holen das wäre natürlich exzellent ja ich weiß nicht ich habe aber noch keine bewertungen gehört ich weiß zwar ich habe mir du hast ja die beta gespielt ich habe die beta gespielt und ich habe mir sehr sehr spaß gemacht weil das matchmaking einfach total geil war einfach die 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 hitbox war geil die der flow war geil weißt du es hat sich einfach rund an gefühlt es hat richtig spaß gemacht da auf diesen maps rum zu zu gaunern und deswegen würde ich schon gern wieder das spiel holen weil es mir damals richtig gute spaß gemacht hat aber da die story die story kannst du ja nicht setzen weil die story wieder so 08 15 ist laut gamestar ich weiß zwar nicht alter welche insel kaufst du eigentlich ich hab gar nichts gekauft inselanteil wechselt besitzer was ist das das war tilda jetzt was macht das was bringt ja okay egal und die hat sich in der hauptinsel halt ihren anteil gekauft bringt sich das wenn man sich selber sein du kriegst halt mehr kohle dann von wem dann weiß ich von diesen anteilen also die aktien wo kann ich die kaufen du gehst jetzt mal auf dein konto auf dein haupt und auf meine insel ja mein konto einfach auf irgendeine insel genau da das ist auf dem hauptkonto da siehst du da unten kontor und dann auf meine auf meiner eigenen eigenen insel ja genau auf deiner eigenen insel auf dem kontor auf dem hafen kontor das erste haus hast du gebaut hast ja genau da gehst du drauf ja siehst du da so ein rad oder so ein kreis bei mir sind da items da sind die items bei mir also soll es auf muss ich das auf dieser übersichtskarte machen oder wie mache ich das genau da drüber nicht das untere kästchen oder das drübere kästchen da siehst du es dann wo dein haus abgebildet ist oben oben rechts in der ecke da ist doch so auch nochmals im feld ich bin jetzt auf meinem hauptkonto so auf dein hauptkonto genau und rechts oben dieses obere fenster rechts oben ist bei mir nichts das ist so ein kreis bist du sicher dass es rechts ist und nicht links da ist rechts oder bist du noch gar nicht so weit sollte es raus sein welche stufe bist du von ein du zähl auf eko und hat aber schon weiter mit eko ist ich habe zirka ich bin jetzt schon mit hat schon alles freigeschalten von denen ich habe auch alles freigeschalten von denen warum kannst du das nicht machen kann ich bei der mal ich muss mal kurz gucken bei der kann ich was kaufen aber bei mir selber nicht so rechts oben das ist rechts oben im eck also nicht direkt im eck oben aber es ist halt so ein fenster wo dein name steht von der insel bei mir steht auch kein name von der insel wenn ich auf mein kontor aber ich drücke auf mein kontor drauf ja genau du drückst auf den hafen auf diesen hafen kontor ja ja wenn ich bin und dann steht bei mir erst mal die items ach so leute weißt du ding ist darüber ich glaube es nicht die lief das rüber ja meine ich ja nein die eave ist da drüber also alter what the fuck das kostet 28.000 viel geld habe ich nicht ja ach so weil die eave war darüber deswegen habe ich nicht gesehen das siehst du da war kriegst du dann plus 15 oder je nachdem halt nach anteil insel anteil wechselt besitzer und du kaufst dir gerade deine eigene insel oder was machst du ich save meine insel solange du ein ding hast bist du schon mal auf der sicheren seite weil dann können die dir zwar diese wegkaufen die kosten aber dann auch extrem das werden sie aber so schnell nicht machen zum beispiel die tilda die wird ja irgendwann einmal die versuchte meine insel wegzukaufen ich greif die an wenn die das macht ich bin doch hier du kannst es ihr dann wieder vom arsch wegkaufen zum beispiel mit diesen komischen russen da der doch diese öl ding hat von den von den texen er hat dort der hat wo ich mal endlos gespielt hat mit denen auch mit mehreren der hat dann wird mal auf meiner haupt insel die anteil gekauft und ich habe ihn halt die dann immer weg gekauft auf seine haupt insel ja sieben damit er unter dem arsch wegkaufen das fand er natürlich nicht so witzig hat dann krieg gegeben aber erst mal versetzt wir machen jetzt gleich noch eine pause warum eine pause war aber ich bin ich muss erst noch meine eine plantage jetzt fertig und ich bin da jetzt gerade ewig schon dabei ich glaube fabio ich weiß aber nicht schon nicht drauf gleich x gleich jetzt nein nein ich bin die man noch mal so obst dinge ob es plantarien energieversorgung mangelhaft und energieversorgung mangelhaft also doch gerade verbessern müssen die neuen wände windgrälen hochbarkeit wird steigen ich habe voll Hunger in real life ja ist ja hier kaum was essen in dem spiel da werde ich auf einmal angerufen gg to the g gg bitch ähm so jetzt baue ich das noch einmal und dann habe ich es dann können wir von mir aus ja weil wir haben es so weit geschafft ich bin ja ich baue das jetzt noch schnell einmal okay ja ich mache hier noch ein paar Thumbnails okay das ist gut ähm kann man noch mal raus voll geil so ich brauche so eine Produktion daneben dann ist das eine Molkerei so wo er jetzt ist so wie steht denn hier ACHTUNG PRODUKTIONSSTILLSTAND ACHTUNG PRODUKTIONSSTILLSTAND voll geil was ist voll geil dieser TILSHIFT dieser SHIFT dieser SHIFT EFFECT wie es bei simcity ja auch ist MMMMMMMM ihr geht mir alle auf den Sack gg ok ok dann ja mach doch jetzt bitte ja ich bin dabei spiel gespeichert warum spiel gespeichert warum spiel gespeichert warum stresst du denn jetzt schon ja ne weil wir jetzt aufhören weil jetzt 30 minuten um sind achso aber warum nehmen wir denn nicht noch 10 minuten auf äh 15 minuten auf nein 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 waaah ich hungerhaft tja gleich warte ich setze noch kurz die einen Felder fertig ein Felder noch ein Felder noch ein Felder noch ich setze noch kurz seinen ab haha äh so genau ist fertig gleich ein Feld noch wo ist das warum fehlt mir das spiel gespeichert mir fehlt ein Feld schau mir jetzt hm warum fehlt mir das da mein Finger stinkt voll nach Insulin ist voll eklig na gut dann war ich das halt nächstes Mal nein ich bin kein Diabetiker nur dass das jemand fragen würde ok dann so gut also wir sehen und in der nächsten folge von anno ja mit den simon also haut rein bis Ende tschüss 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 tschüss